Ja, hallo, nochmal ein fixes Update zum Allianz-Chopper. Eigentlich hatte ich vor, jetzt hier eine schöne Spritztour durch Stormwind zu machen und euch das Mount mal in Action zu zeigen. Allerdings, schaut selbst. Ja. Genau. Man kann es nicht kaufen. Aber, so als kleines Trostpflaster, mal das Interface ausblenden. Schauen wir uns doch mal das Model an, das ist zumindest schon mal integriert. Ja. Ich meine, das Mount werde ich wahrscheinlich nie haben, da ich keinen Allianz-Charakter mit so viel Gold habe. Aber, naja. Es gibt Schlimmeres. Ja. Der Andrang ist groß. Alle wollen eine Spritztour machen, keiner kann es. Ja, hoffentlich gibt es das im nächsten Build. Und dann mache ich auf jeden Fall ein schönes Video. Das Ding mal in Action zeigen. Ja, bis dahin müssen wir uns leider mit dem... Ja. Platzhalter kann man es ja nicht nennen, aber... Mit der geparkten Version begnügen, ne? Also, bis dann. Da, was kommt man tun? Ja.